wenn gott dich liebt vierzehntes jahrhundert italien warner augustiner chorherrenstift antonio antonio giuseppe rannte den kahlen flur entlang seine schritte halten durch den langen kreuzgang des klosters wie ein wirbelwind fegte er in den kahlen schlafsaal hinein schmale pritschen standen in unregelmäßigen reihen auf dem steinernen boden antonio er hat sich für dich entschieden giuseppes dunkle augen glühten vor aufregung antonio richtete sich von seinem strohsack auf und sah seinem freund entgegen tränen hatten sein gesicht gerötet schnell versuchte er sich die letzten spuren wegzuwischen was erzählst du denn ich war schlecht du musst dich täuschen nein antonio ich habe es genau gehört giuseppe setzte sich neben sein freund er war ein kopf kleiner trotzdem wirkte er wie ein erwachsener als er antonios gesicht zwischen seine kleinen hände nahm und ihm zwang in seine augen zu sehen ich habe sie belauscht der seniore aus neapel hat gesagt dass er dich möchte deine stimme war am außergewöhnlichsten göttlich klang sie hat er gesagt wirklich meine stimme hat er in der höhe gezittert hat er das denn nicht gehört du bist zu streng mit dir antonio niemand hat das gehört außer dir selbst du bist der beste sänger dieses klosters du wirst neapel sehen du wirst eine ausbildung bekommen und dann und dann werde ich ein großer sänger flüsterte antonio und strich sich die letzte träne aus dem augenwinkel ein lächeln erhellte sein knabenhaftes gesicht vielleicht wirst du in rom singen ganz bestimmt sogar da bin ich mir ganz sicher meinst du ja klar du wirst berühmt und lebst in rom stell dir nur vor jeden tag gut essen und am sonntag gott zu ehren im dom singen das wäre ein gutes leben nickte antonio eine schwarze locke fiel ihm in die stirn und nickte bestätigend mit ich habe es immer gewusst giuseppes augen strahlten als er seinen freund bewundernd ansah dann verstummte er seine schmalen finger begannen den derben stoff seines schlichten kittels zu kneten weißt du ob es wahr ist was sie sagen was meinst du naja sie sagen dass man den jungen die sie aussuchen ihr ding abschneiden was für ein ding antonio sah giuseppe irritiert von der seite an na das du weißt schon das ding halt mit dem du strunzt giuseppes gesicht färbte sich rot wie eine tomate ach quatsch das glaubst du doch nicht etwa naja sie sagen dass ein junge nicht zum mann werden darf sonst verliert er seine stimme und deshalb ach was das geht doch gar nicht antonio war blass geworden wie soll man denn dann wasser lassen stell dir das mal vor giuseppes stirn legte sich in falten als er sich dieses problem vor augen führte ja das geht gar nicht stellte er mit unsicherer stimme fest bestimmt haben die was anderes gemeint sagte antonio doch auch er war sich seiner sache gar nicht mehr so sicher zitternd kauerte giuseppe hinter einer säule und wartete sein blick war fest auf die schwere tür gegenüber gerichtet dahinter musste antonio sein sie hatten ihn gestern nach der laudes mitgenommen seitdem hat er ihn nicht mehr gesehen seine liege war an diesem morgen unberührt gewesen und die anderen jungen hatten schon vermutet dass antonio längst nach neapel unterwegs war doch nach der vespa tuschelten zwei mönche den namen seines freundes auch das wort spital fiel dabei und nun wartete giuseppe vor kälte zitternd vor eben diesem spitalzimmer antonio musste hinter dieser tür sein und er würde dort hineingehen auch wenn er die ganze nacht hier warten musste er würde mit antonio reden er konnte sein freund nicht einfach so im stich lassen es konnte ja möglich sein dass er ihn nie wieder sah vielleicht verließ er mit dem seniore aus neapel morgen schon das kloster giuseppes füße wurden eiskalt während er unbewegt da kauerte und jegliches zeitgefühl verlor durch das schmale fenster in den dicken klostermauern blinken schon die ersten sterne am himmel als sich endlich die tür öffnete bruder adalbert erschien auf dem gang er trug eine schüssel vor sich her die holzsohlen seiner sandalen klapperten über den unebenen steinernen boden giuseppe hielt den atem an und wartete bis das geräusch der schritte verstummte dann huschte er aus seinem versteck hervor und schlicht zur tür vorsichtig drückte er die schwere holztür auf mit einem schnellen blick sah er sich um und schlüpfte in den raum antonio lag in einem einfachen bett die graue fadenscheinige wolldecke die über ihm ausgebreitet war wies in der mitte einige große rotbraune flecken auf die giuseppe an getrocknetes blut erinnerten schnell wendete er den blick ab und sah stattdessen in antonios gesicht sein freund war blass dunkle schatten umlagerten seine augen und sein schwarzes haar klebte auf seiner stirn auf der schweißperlen glitzerten antonio flüsterte giuseppe als sich dieser nicht rührte fasste er ihn sanft an der schulter und rüttelte ihn die haut unter dem dünnen hemd fühlte sich heiß an antonio wach auf noch immer schüttelte giuseppe sein freund er musste mit ihm reden er musste wissen ob alles in ordnung war vorher würde er nicht gehen langsam öffnete antonio seine augen einen kurzen moment sah er an giuseppe vorbei so als würde er ihn nicht erkennen dann huschte ein winziges lächeln über sein gesicht sie haben ihn nicht abgeschnitten was im ersten moment wusste joseppe nicht was sein freund meinte mein ding es ist noch da ich habe nachgeschaut antonios blick richtete sich an die gegenüberliegende wand wo ein schmales vergittertes fenster war siehst du die hohen türme neapel ist einfach wundervoll joseppe folgte dem blick seines freundes doch er sah nichts als die weiße wand von der putz abröckelte und die finsternis die hinter dem fenster lauerte sobald es mir besser geht fahren wir los haben sie gesagt eine kutsche wartet draußen sie haben gesagt dass ich feine kleider bekomme und jeden tag dreimal zu essen so viel ich will und ich werde singen sie bringen mir alles bei so dass ich sogar vor Papst Innozenz dem siebten singen darf weißt du sein blick schweifte umher er versuchte sich aufzurichten sank aber kraftlos wieder auf das harte lager zurück sein blick suchte wieder den seines freundes es sah so aus als würde er ihn nicht finden joseppe flüsterte er ich verbrenne ich habe Durst Wasser sein Flüstern wurde lauter bis er einen heiseren Schrei ausstieß Wasser joseppe wurde zur Seite gestoßen und sahen viele zu Boden Bruder Adalbert beugte sich über Antonio und benetzte seine Lippen mit einem nassen Tuch ein weiteres Tuch rang er aus und legte es ihm auf die fiebernde Stirn ist ja gut mein Junge ich bin ja da Antonio stöhnte noch einmal auf und schloss dann mit einem von Schmerzen verzerrtes Gesicht die Lider wird er wieder gesund und joseppe hatte sich halb aufgerichtet und sah ängstlich zu seinem Freund hinab tadelnd blickte Bruder Adalbert auf ihn herab als er das verängstigte Gesicht des Jungen sah wurde seine Miene sanfter wenn Gott es will aber aber kann ich denn gar nicht helfen stotterte joseppe bete für ihn bete vielleicht wird uns Gott erhören joseppe betete stunde um stunde bis sein Kopf schwer wurde und auf seine gefalteten Hände fiel doch Gott erhörte ihn nicht am nächsten Morgen war sein Freund tot flüsternd wurde es von Mönch zu Mönch weitergegeben so dass es sich bis zu den Jungen herum sprach hat den Eingriff nicht überlebt ist ein Wundfieber gestorben flüsterte Mann Giuseppes brennende Augen waren nicht in der Lage zu weinen obwohl die Trauer wie eine scharfe Klaue in sein Herz fuhr und eine klaffende Wunde hinterließ niedergeschlagen und müde blieb er auf seiner Britsche liegen als die anderen Jungen zu einem Morgenmesser aufbrachen als die Tür zur Schlafkammer quietschte öffnete Giuseppe mühsam die Augen und sprang augenblicklich auf die Beine der Abt persönlich kam herein wie geht es dir mein Junge bist du krank mit seiner fleischigen Hand fühlte er Giuseppes Stirn nein Vater mir geht es gut ich bete nur für Antonio ja Antonio der Herr liebte ihn besonders und hat ihn deshalb zu sich gerufen er fasste unter Giuseppes Kinn und hob seinen Kopf an und mit dir mein Sohn hat er auch etwas besonderes vor du wirst mit Signor Veronelli nach Neapel gehen deine Stimme hat ihm gefallen du wirst die Gelegenheit bekommen Gott ein Leben lang mit deiner Stimme zu dienen du wirst schöne Kleider tragen und jeden Tag drei Mahlzeiten bekommen du erhältst eine exzellente Ausbildung aber vorher haben wir noch etwas zu erledigen komm komm mit der Abt fasste nach Giuseppes Hand und zog ihn mit sich das erschrockene Gesicht und den Widerstand den der Junge ihm entgegensetzte nahm er gar nicht wahr während er ihn den Gang entlang Richtung Spitalzimmer zog Richtung Spitalzimmer zog Richtung Spitalzimmer